Ich glaube, dass es für unsere junge Mannschaft ein toller Lernprozess hier ist, ein ganz besonderes Spiel hier spielen zu dürfen im Bernabeu-Stadion. Und jeder, der Spieler, freut sich, der auf den Platz geht. Und wie Roman gerade schon gesagt hat, wir müssen natürlich uns besser präsentieren als im ersten Spiel. Bis auf die ersten 15 Minuten im ersten Spiel war es okay. Und wir müssen einfach als Mannschaft da kompakter arbeiten und die Räume nicht zu groß werden lassen. Und das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, jeder muss da rausgehen, muss Freude an dem Spiel haben und muss Vollgas geben. Nein, Angst ist ja allgemein, habe ich ja immer wieder betont, im Fußball das völlig falsche Wort. Und wie ich gesagt habe, das ist ein Lernprozess für die Jungs. Und jeder entwickelt sich hier weiter, wenn er hier spielen kann. Und wir wollen einfach das Optimale aus uns rausholen. Und ja, dann sehen wir, was dabei rauskommt. Aber ganz klar wollen wir natürlich so ein Ergebnis nicht mehr haben, wie wir es im Vorspiel hatten.